Thomas Howard, 4. Duke of Norfolk, 2. Juni 1572 in London, war der älteste Sohn des Henry Howard, Earl of Surrey und der Francis de Vere. Er folgte 1554 seinem Großvater Thomas Howard, als Duke of Norfolk nach Dasein Vater 1547 hingerichtet worden war. Dank seiner Abstammung genoss er hohes Ansehen, hatte aber nur begrenzten Einfluss auf die Politik Königin Elisabeth I. Diesen Zustand hielt er für unangebracht, da er der höchstrangige Adelige des Reiches und der einzige Herzog Englands war. Leben mit dem Tod der Königin Maria Tudor, die keinen Erben hinterließ, kehrte England wieder zum Protestantismus zurück. Thomas Howard bekannte sich zur anglikanischen Kirche. Er heiratete jedoch mehrere streng katholische Frauen und ließ seine Kinder katholisch erziehen. Sein Sohn Philip Howard, 20. Earl of Arundel wurde später sogar als Märtyrer anerkannt und ist ein Heiliger der katholischen Kirche. Nachdem er drei Ehefrauen überlebt hatte, verfiel er auf den Plan, Maria Stuart, die in England gefangen gehalten wurde, zu heiraten und mit ihr zu für England sehr günstigen Bedingungen auf den schottischen Thron zurückzukehren. Dieser Plan ging von schottischen Politikern aus und wurde von Robert Dudley I., Earl of Lester und weiteren Adligen unterstützt. Elisabeth I. traute der Sache jedoch nicht, zumal Howard sich ihr gegenüber sehr ungeschickt verhielt. Anstatt jedoch seine Heiratspläne aufzugeben, ließ er sich von Maria Stuart überreden, hinter dem Rücken der englischen Regierung in seinen Plänen fortzufahren. Hierdurch kam es 1569 mit dem Einverständnis des Papstes Pius V., sowie des spanischen Königs Philip II. zu einem Aufstand Adeliger aus dem Norden Englands, um Elisabeth zu stürzen und sie durch die abgesetzte katholische Königin von Schottland, Maria Stuart, zu ersetzen. Diese besaß als Cousine Elisabeth I. ein Anrecht auf den englischen Thron und wurde deshalb von einigen Katholiken als rechtmäßige Königin angesehen. Nachdem dieser Aufstand erfolglos war, wurde der Duke im Tower of London gefangen gesetzt. Mit Mühe konnte er die Königin von seiner Unschuld überzeugen und wurde unter Hausarrest gestellt. Doch etwa ein Jahr später wurde Thomas Howard in die Riedervie-Verschwörung verwickelt, die in seinem Londoner Stadtpalast ausgeheckt worden war. Wovon Howard nichts mitbekommen haben wollte, diesmal schenkte Elisabeth ihm kein Glauben mehr. Er wurde wieder in den Tower gebracht, des Hochverrats angeklagt und 1572 hingerichtet. Familie Norfolk war der erste Sohn Henry Howard's Earl of Sury und dessen Ehefrau Frances D. wäre, Tochter des 15. Earl of Oxford. In erster Ehe heiratete er Mary Fitzalan, er bin des 19. Earl of A. Runde aus dem Haus Fitzalan. Sie brachte 1557 Howard's ersten Sohn, Philip, zur Welt. Nachdem Mary Fitzalan nach der Geburt des Sohnes Philip gestorben war, nahm sich der Duke Margaret Otley zur Frau, Tochter des ersten Baron Otley auf Walden. Aus dieser Verbindung stammen zwei weitere Söhne, Thomas Howard, erste Earl of Suffolk und William Howard sowie zwei Töchter. Auch Margaret Otley starb nach der Geburt ihres fünften Kindes. Eine dritte Ehe ging Howard mit Elisabeth Leiburn ein. Die Witwe von Thomas Dake, vierte Baron Dake, brachte drei Töchter mit in die Ehe, die Howard mit seinen eigenen Söhnen Philip. Thomas und William vermählte, auch sie starb nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes nach einem Jahr Ehe, was Howard in Depressionen stürzte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017